Das nächste Problem ist ja, was ich ja bei Lewandowski gesehen habe, er hat ja die ganze Vorbereitung mit dem U12-Gespräch, da gehe ich nicht von aus eigentlich. Viel zu gut, viel zu gut. Wohl das Haus auf Kugel, wenn er das immer noch nicht verfestigt hat. Das ist ja in der dritten Liga, wo wir 4-0 verloren haben und davon drei Torwartfehler waren. Und das war sein Abschiedsspiel, das war richtig gut. Oh Gott, jawoll. Ey, das zweite gegen Torquim hier. Ich weiß noch, ob das auch die Reise hat. Ist das denn? Ja, jawoll.